Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Paddy X-Talp. Wie ihr seht, ist die Qualität meines Videos heute deutlich besser geworden. Hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt endlich herausgefunden habe, womit das zusammenhing. Es war eine Einstellung, einen Satz, den ich hätte eingeben müssen, um diese Qualität zu erreichen. Ja, wir waren bei Five Nights at Freddy's in der fünften Nacht stehen geblieben. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Und dann wollen wir mal starten. Mann, ich habe keinen Bock. Ich bin in den ersten drei Sekunden bestimmt tot. Okay. Der legendäre Anwurf. Ah, 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 ah. Oh. Ja, das war das, ne? Oh, oh. Also, Chica ist in der Küche. Freddy ist noch ein Raum weiter. Freddy kann ruhig da bleiben, wo er ist. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Fuck you. Ist er weg? Nein. Freddy ist in der Küche. Oh mein Gott. Er ist weg. natürlich arschloch nein wo ist denn freddy ist er da da ist er ich höre die ganze zeit schritte ich krieg hier gerade voll die fachio ist er weg ja ich weiß dass er da drin ist oh mein gott bitte nicht es darf ich die tür geschlossen halten und wenn das nicht reicht steht der penis auch noch da auch nein ich habe penis gesagt warum macht foxy verhält sich ruhig ich traue mich gar nicht die tür aufzumachen das wird auch mein untergang diese nacht sein oh mein gott ich dachte gerade schon pisser sitz pinkler hat deine mutter oh mein gott ist er weg ja man ja man das ist schon das was letzte nacht mir mein arsch gerettet hat auch bitte bleibt da bitte bleibt da oh mein gott oh mein gott gut die erste nacht war ja mal richtig fehl ich versuche es nochmal aber nach dem schrecken habe ich gar keinen bock mehr naja man solls was man nicht alles tut um ein spiel durchzuspielen den anruf kann ich gar nicht gleich muten ich hab das spiel einmal neu gestartet kann man den anruf nicht muten ist sie schon komm ich bin am arsch ne natürlich das ist ich bin schweiz das war eben gar nicht vor allem ich spiele immer nur wenn meine tochter schläft und was mach ich ich grüle erstmal rum natürlich ich hab nichts besseres zu tun als ja einmal die ganze Bude zusammen zu schreien ach ja doch 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 dich selber haschloch ich hasse bonnie ab heute hasse ich bonnie bonnie oder chica ist neben mir einer von beiden ist wöööö nein bitte nicht haaa 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 ah hmm ich hab richtig Respekt vor diesem spiel oh nein NEIN Ist er weg? Oh, Bonnie ist weg. Okay. Oh, ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Oh mein Gott. So wie letzte Nacht, ne? Und dann killt mich Bonnie im letzten Moment, ne? Nee, ich muss ja auf Foxy gucken. Oh mein Gott. 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 Er ist schon wieder da. Jetzt ist er hier, ne? Oh mein Gott. Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Sehr schön. Ah, bleib unten. Ich bin so am Arsch, ne? Drei Uhr morgens. Natürlich. Mann, Pony, how up, man? Oh mein Gott, der ist weg. Ja, okay, ich bin am Arsch. Ich bin gefickt. Und zwar genau jetzt. Eigentlich kann er sich jetzt schön viel Zeit lassen, aber er macht es nicht. Okay. Peace. Mensch, hat er sich Zeit gelassen. Fuck. Oh ja, ich weiß. Da ist keiner. Da ist Chica. Foxy, Chica ist weg. Nochmal gucken. Nochmal da. Alles klar. Foxy, Freddy. Wusste ich. Ist Chica weg? Und Bonnie ist auch nicht da. Oh, scheiße. Ich höre Schritte. Einer ist neben mir. Bonnie ist wieder da. Ist Bonnie weg? Ja. Ist Chica da? Nee, Chica ist auch nicht da. Chica ist neben mir. Mensch, die lassen mich immer... Ah, Bonnie ist neben mir. Yo. Wer ist gegangen? Bonnie ist weg. Oh mein Gott. Oh nein. Ich habe Freddy aus der Sicht gelassen. Chica ist weg. Schritte. Natürlich. Hätte ich jetzt die Kamera runtergemacht, wäre ich am Arsch gewesen. 5 Uhr. Komm schon. 5 Uhr. 3 Prozent. Bitte. Ist er weg? Ja. Oh mein Gott. Bitte. 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 Nicht erschrecken. Bitte. 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 Oh mein Gott. Yeah. Hammer. Huh. Oh yeah! Ich hab's geschafft! Ey, ganz ehrlich, ne? Das war richtig, richtig mies. Gut. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch. Die fünfte Nacht ist geschafft. Wie man sieht, es gibt noch eine sechste. Es gibt auch einen 2020-20-Mode, den werde ich auch noch spielen. Da komm ich aber später zu. Ich muss kurz mal die Zeit dazu ab. Ich glaub, Nacht 5 und 6 werden ein bisschen länger dauern. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Lasst doch mal ein Abo da. Ich freu mich. Schönen Tag noch. Euer Pardexter.